na egal ich habe es immer wieder geändert immer wieder kommt dasselbe hinaus 14 leben haben wir jetzt geil so wir brauchen plaza de la palma noch vier blaue münzen bayern paradiese brauchen wir noch 14 wie viel brauchen wir hier 11 4 6 6 da haben wir alle und wir warten wir haben kofi erneut für sonnen jetzt 100 münzen fehlen uns noch genau dann hätten wir 96 so mori morgana dreht durch zehn palmer brauchen dich wenn es ja beim pappus fest ich kann ja mal hier gucken ob man da noch blaue münzen kriegt in welchem level kriegt man denn sind die 100 münzen also welchem kapitel die ich bin wua 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 Oh, schon fertig? Ah, das vergesse ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ging viel zu schnell. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier blaue Münzen finden. Irgendwie nochmal. Da ist keine. Ich glaube, hier ist auch keine mehr. Hier ist nur der Opa. Wie gemütlich, wie entspannt, die Quelle trifft es genau. Okay, da haben wir ja schon die blaue Münze rausgeholt. Aber wo könnte hier noch eine sein? Oder wo könnten hier noch mehrere sein? Da ist keine weiter. Hm. Oh, da muss ich ja echt noch einen Stream machen, wahrscheinlich. Um dann die ganzen blauen Münzen noch einzusacken. Aber ich will die eigentlich jetzt alle haben. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt keine mehr finde. Ah, ich glaube, ich weiß, wo noch welche sind. Da muss ich aber das letzte Kapitel aufschlagen. Wieviel brauche ich noch? Vier. Hm. Ja, ich glaube, beim letzten Kapitel sind die letzten. Oh nein, noch mehr von dem heißen Zeug. Warst du das? Nein, das darf nicht sein. Es ist doch schon alles erledigt. Gut. Kurs verlassen. Oh nein, das nervt, die ganzen blauen Münzen zu sammeln. Aber wenn man alles haben will, muss man alles machen. Und die 100 Münzen fehlen mir auch noch. Mich ärgert, dass die 100 Münzen noch fehlen. Ist hier noch irgendwas? Ne, oh nein, ey. Okay. Aha, hier haben wir noch eine. Alles klar. Gut versteckt. Okay. So, dann brauchen wir nur noch drei. Das war jetzt einfach bloß Zufall, dass ich das mal so gemacht habe. Umso besser, wenn man sich auch mal auf den Zufall verlassen kann. So, da ist nichts. Hat. Da ist nichts, da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Halt, warte mal. Ich gehe noch mal kurz zum Anfang. Hier noch was? Ne. Okay, dann könnte es hier auch noch was ist. So, ich glaube nämlich, dass noch blaue Münzen da drüben bei den Wolken sind. Die ich... ...einmal noch machen musste. Dann gehen wir mal hier oben nochmal gucken. Da ist nix, da ist nix, da ist auch nix. So, dann hier nochmal gucken. Da ist auch nix. Vielleicht nochmal hier drin. Ne. Hätte ja sein können. So, Freund Nase. Hast du jetzt noch was an deiner Nase oder nicht? Scheint nicht so. Gut. Vielleicht die Faust treffen und dann... Ne, da ist auch nix. Okay. Dann gehe ich nochmal hier hoch. Ich schaue mich jetzt echt überall nochmal um. Da ist nix. Da ist nix. Da ist auch nix. Und da ist auch nix. Alles klar. Gut. Dann... Müssen wir nach oben, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier unten noch Münzen sein sollten. Also 3 fehlen mir wie gesagt noch. Und mir fällt einfach nur noch ein auf den Wolken da oben. Dann nicht. Und auch nicht in die Richtung. Okay. Sonst hätte ich gedacht, dass da noch eine blaue Münze ist. Aber nein. Ist nicht. so. So. Einmal hier hoch. Ach Mist. Nein, 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 nein. Nicht ganz runter, Mensch. Au. Och. Mario. Das ist aber schon ein bisschen kacke, was du da machst. So. So. Hören wir die rote Düse nochmal. Damit wir wieder Wasser haben. So. Hier die Münzen. So. Da runter. So. Und dann da lang. Das ist doof. Hier findet man auch keine 100 Münzen. Ich muss entweder das Yoshi Level nehmen. Oder ein anderes. So. 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 Und jetzt. So. 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 Ich weiß echt nicht, wo da noch die Münzen sind.